Mondknoten berechnen – entdecke deine Lebensaufgabe, der Dreh- und Angelpunkt deines Schicksals Mondknoten werden auch Drachenpunkte genannt. Von ihnen spricht die Astrologie, wenn sich die Umlaufbahnen der Sonne und des Mondes schneiden. Allzu oft kommt es nicht zu diesem Ereignis, genauer gesagt nur alle 18 Jahre und 7 Monate. Dieses Konstrukt bildet einen nördlichen und einen südlichen Knotenpunkt, die unterschiedliche Bedeutungen haben. Der nördliche Mondknoten weist uns den Weg in die Zukunft und stellt uns unsere Lebensziele in Aussicht, die es zu verfolgen gilt. Ihm gegenüber steht der südliche Mondknoten, der mit unserem früheren Leben in Verbindung steht und sich auf unsere Vergangenheit und unser Karma bezieht. Was wie kompliziertes Berechnen astrologischer Himmelsbilder klingt, lässt sich auch ganz einfach rekonstruieren. Jeder Mondknoten bildet nämlich ein Sternzeichen, auch wenn dieses nicht notwendigerweise mit jenem deiner Geburtsstunde übereinstimmt. Du kannst es aber online berechnen lassen und nach entsprechenden Tabellen suchen, die dich zu deinem Mondknoten führen. Was die Sternenbilder aussagen, die deinen ganz persönlichen Drachenpunkt bilden, verraten wir dir in unserem heutigen Podcast. Bitter – gute Wahl – weiter so Der Mondknoten im Bitter klopft dir auf die Schulter und gratuliert dir zu deinem bisherigen Lebensweg. Dein Mut und deine Stärke haben sich schon mehrfach bezahlt gemacht und das wird auch weiterhin so bleiben. Deine Lebensaufgabe lautet, steck mehr von deiner Energie in die Selbstliebe und Eigenfürsorge. Sei gut zu dir, dann läuft es in Zukunft noch viel besser. Stier – es gilt schwierige karmische Aufgaben zu lösen Der Mondknoten im Stier ist nichts für Feiglinge. Diese Menschen haben in ihrem Leben mit so einigen Herausforderungen zu kämpfen und werden keinen leichten Stand haben. Deine Lebensaufgabe lautet, setz deine Prioritäten nach dem Glücksprinzip, nicht nach dem, was andere von dir erwarten. Zwillinge – unabhängig, stark und sehr einfallsreich Wenn dein Drachenpunkt das Sternzeichen Zwilling bildet, hast du gutes Rüstzeug für dein Leben mitbekommen. Manchen Menschen kann an deiner Seite schon mal die Puste ausgehen. Deine Lebensaufgabe lautet, entwickle dich vom Redner zum Zuhörer. Gib anderen Menschen auch mal die Chance, dir etwas beizubringen und dir die Augen zu öffnen. Du wirst erstaunt sein, welche Symbiosen sich dir so erschließen. Krebs – du bist glücklich, wenn andere glücklich sind Der Krebs sorgt auch als Wohnknoten dafür, dass der Familiensinn nicht zu kurz und die Gemeinschaft zuerst kommt. Wertvorstellungen und Traditionen sind dir wichtig und das soll auch so bleiben. Deine Lebensaufgabe lautet, nimm dir mehr Zeit für dich. Es ehrt dich sehr, dass du immer das Wohl der anderen zur Priorität erklärst, aber der wichtigste Mensch in deinem Leben darfst manchmal auch du selbst sein. Löwe – selbstbewusst, gesellig und gern im Mittelpunkt Auch als Drachenpunkt sorgt das Sternzeichen Löwe dafür, dass es in diesem Universum niemals langweilig wird. Das Rufhalten steht im Vordergrund, sodass manchmal Zeit für die Eigenliebe und ein wenig Rückzug glatt zu kurz kommen. Deine Lebensaufgabe lautet, finde die Balance im Leben. Kontrolle und Genuss müssen einander nicht unbedingt ausschließen. Verabschiede dich von deiner Entweder-oder-Einstellung und gib dem Kompromiss eine Chance. Jungfrau – ein Leben für die Gerechtigkeit Als Mondknoten ist das Sternzeichen Jungfrau all jene Menschen beschieden, die sich immer zwischen Kopf und Herz entscheiden müssen. Sie möchten es allen Menschen recht machen und die Gerechtigkeit soll unbedingt siegen. Deine Lebensaufgabe lautet, lass den Gefühlen Raum, aber lass sie nicht die Oberhand gewinnen. Im Zweifelsfall solltest du besser die Logik entscheiden lassen oder die gute alte Pro- und Kontraliste zur Rate ziehen. Waage – sei nicht der Elefant im Porzellanladen Der Mondknoten Waage bedeutet Spannungen im zwischenmenschlichen Bereich. Diese Menschen kämpfen ein Leben lang dagegen an, ihre sozialen Kontakte nicht ihren starren Überzeugungen opfern zu müssen. Deine Lebensaufgabe lautet, finde die Balance und das Gleichgewicht zwischen deinem brennenden Wunsch nach Unabhängigkeit und deiner Sehnsucht, deinen Platz innerhalb der Gesellschaft zu finden. Skorpion – eine Fülle von Möglichkeiten liegt vor dir Wenn dein Drachenpunkt im Skorpion steht, kannst du aus dem Vollen schöpfen. Es liegt lediglich an dir, den ersten Schritt in die richtige Richtung zu wagen. Deine Lebensaufgabe lautet, raus aus der Komfortzone und rein ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Manchmal muss es im Leben erst ein wenig unbequem werden, damit Großartiges entstehen kann. Schütze – um dein Weltbild bist du zu beneiden Fröhlich, klug, offen und warmherzig – so erscheinen uns jene Menschen, deren Mondknoten im Schützen steht. Sie sind die geborenen Abenteurer und Diplomaten und gern gesehene Gäste auf dem Parkett des Lebens. Deine Lebensaufgabe lautet, bleib deiner Intuition weiterhin treu und verlass dich auf deinen sechsten Sinn. Steinbock – geht nicht, gibt es bei dir nicht Wenn der Steinbock deinen Drachenknoten bildet, kannst du dich über ordentlich Power und Willensstärke freuen. Du weißt, was du möchtest und wie du es bekommst. Halbe Sachen sind keinesfalls dein Ding. Deine Lebensaufgabe lautet, gib deinen Gefühlen mehr Spielraum. Es bringt nichts, nur das Schöne anzuerkennen und das Unangenehme auszublenden. Wassermann – Grenzen sind für andere da Zeigt sich dein Mondknoten im Sternzeichen des Wassermanns, bist du ein Mensch voller kreativer Ideen und Tatendrang. Du bist nicht zu bremsen, wenn dir eine Sache lohnend erscheint. Deine Lebensaufgabe lautet, nimm dein Ego gelegentlich ein wenig zurück. Andere Menschen haben auch gute Ideen, denen du ruhig ab und zu Gehör schenken darfst. Fische – hohe Erwartungen und tiefgründige Gedanken Wenn dein Drachenpunkt im Zeichen der Fische steht, bist du ein Denker, wie er im Buche steht. Diese Angewohnheit führt dazu, dass deine Ansprüche an dein Umfeld mit der Zeit exorbitant hoch werden und kaum zu erfüllen sind. Deine Lebensaufgabe lautet, erkenne, dass es Perfektion nicht gibt. Auch dein Verstand wird dich manchmal im Stich lassen oder täuschen. Lerne daher, deiner Intuition mehr zu vertrauen und deinem Bauchgefühl. Unser heutiges Fazit Himmlische Anhaltspunkte Die Mondknoten oder Drachenpunkte stellen eine Ergänzung zu unserem astrologischen Sternzeichen dar. Sie sind eine seltene Erscheinung am Himmel, da sie nur rund alle 19 Jahre einmal die entsprechenden Berührungspunkte zwischen Sonne und Mond bilden. Wer sich zusätzlich zu seinem Horoskop noch über seine kosmische Lebensaufgabe informieren möchte, kann seinen ganz persönlichen Mondknoten danach befragen. Diese beständig wiederkehrenden Fixpunkte am Firmament repräsentieren den immerwährenden Lauf allen Lebens, aber auch die Unvergänglichkeit des Universums. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald!